So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Bei der letzten Runde haben wir es erneut geschafft mit Cain die Mutter zu besiegen. Waren sogar in der Höhle von Satan. Haben gegen Satan auch gekämpft, aber der hat uns dann leider Gottes weggeklatscht. Und heute spielen wir mal mit Eve. Ich hab gesehen, wenn man mit jedem Charakter mal durchspielt, schalten sich immer wieder neue Sachen frei. Und mit Eve haben wir es noch gar nicht geschafft. Bei Eve spiele ich auch echt ungern. Ist zwar extrem schnell, aber halt auch echt nicht so cool am Anfang, weil die hat nur zwei Herzen, so wie Cain. Und macht auch echt, glaube ich, am wenigsten Damage von allen. Bin mir nicht sicher genau. Er hat auch einen Schaden, macht sie nur. Ist jetzt nicht die Wucht. Deswegen hab ich sie auch eigentlich immer gemieden bis jetzt. Aber jetzt hab ich halt rausgefunden, dass wir auch andere Sachen freischalten, wenn wir mit der Eve oder auch mit Judas zum Beispiel. Mit dem haben wir auch noch nicht durchgespielt. Ähm, schalten wir auch andere Sachen frei. Und das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen und werde hier einfach mal direkt sofort diesen Stein wegspringen. Und noch ein Herz. Und The Rock. The Rock ist schon mal richtig cool. Mit The Rock haben wir nämlich unseren Schaden erhöht. Das sieht man jetzt hier nicht. Aber wir machen auf jeden Fall mehr Schaden. So, ansonsten... Was haben wir hier noch? Na, gehst du wohl weg von mir. Wir haben mit der Eve auf jeden Fall, ähm... Hier den Dead Bird. Der fliegt immer mit uns rum. Und, äh, Whore of Babylon. Ich weiß nicht, was der Whore of Babylon, äh, extra noch bringt. Ich glaube, fast gar nichts. Einfach nur ein Gimmick. Und Roid Rage haben wir jetzt hier. Speed und Range up. Das ist schön. So, Schaden, das sieht man jetzt hier. Hat sich auch auf drei erhöht mit dem Stein. Ist immer noch nicht die Wucht, aber besser als gar nichts. Und wir gehen mal zum Boss. Der liebe Widow. Ja, Widow ist, äh, eigentlich ziemlich easy. Springt einfach nur auf die Stelle, wo man gerade war. Ähm, ansonsten kann er eigentlich nichts. Spinnen spawnen kann er. Ähm, von denen sollte man sich nicht treffen lassen. Die kann man ab und zu mal... Sollte man die vielleicht mal töten. Weil, ähm, die nach einer Zeit auch nerven. So viele im Raum sind. Ansonsten, ja, wie gesagt, kann der Boss eigentlich nicht viel außer hüpfen. Ab und zu lädt dann noch so ein Netz, äh, Nest hin. Das sollte man auch sofort kaputt machen, weil dann sonst unendlich Spinnen rauskommen. Und das sollte man eigentlich, äh, ja, auch auf jeden Fall kaputt machen vorher. Aber ansonsten hat man ja gesehen, der Boss ist eine Lusche. Oh, ne goldener Kackahaufen. Habe ich auch noch nie gehabt. Im goldenen Kackahaufen sind immer Münzen drin. Oder auch, äh, goldene Kisten, glaube ich sogar auch. Oder auch Items können da drin sein. Habe ich aber bis jetzt auch, glaube ich, erst zum ersten Mal gehabt. Aber vielleicht haben wir dieses, durch dieses letzte Mal durchstehen, dieses Money Power. Vielleicht haben wir da uns die goldenen Kackahaufen, äh, verdient. Vorher habe ich die echt noch nie gefunden. Kann natürlich sein. Oder das hat auch was vielleicht mit Eve zu tun. Und ich weiß auch nicht. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei Mal ein. Oh, der sprengt für uns den Automaten weg. Ist auch sehr nett. Danke. Sollte man erst mal eine Fliege töten, dann die andere hier. Zack. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Bombe. Hier ist nochmal so ein Stein, den wir wieder weg sprengen können. Sehr schön. Wie auf Abruf. Kommt hier sofort die Bombe. Okay, wir brauchen Schlüssel. Gib uns Schlüssel. So, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber hier will ich auf Nummer sicher gehen. So, jetzt gehen wir hier oben hin. So. Nach gefühlten zwölf Stunden haben wir das dann vielleicht auch mal geschafft. Vielleicht droppt der uns ja einen Schlüssel. Den wir uns aber eigentlich lieber aufheben sollten für den Goldraum. Den haben wir nämlich auch noch nicht gefunden. Ohne Schlüssel in den Goldraum, das wird nix. Sieht schlecht aus. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens sogar drei Schlüssel. Weil ich würde auch gerne im Shop vorbeischauen. So, wie das momentan hier aussieht. Ich dachte ja gar nichts mehr, nicht mal mit dem Goldraum. Dann Samson müssen wir ja noch freischalten. Habe ich ja schon mal gesagt. Dafür müssen wir zum Beispiel zwei Goldräume ignorieren und dann Mutter töten. Ich weiß nicht, ob Mom's Heart oder einfach ob normal die Mutter auch ausreicht. Ich glaube, es reicht sogar die normale Mutter aus, wenn wir die töten. Das werden wir auf jeden Fall auch mal demnächst machen. Dass wir uns einfach mal zwei dieser Goldräume ignorieren komplett. Und dann Samson mal freischalten. Damit wir mal endlich alle Charaktere haben. Oder fast alle. Fehlt uns ja noch einer. So, ich hoffe ihr droppt jetzt mal einen Schlüssel hier. Guck mal. Jawoll. Sehr schön. Das ist doch mal schön. Dann gehen wir auf jeden Fall im Goldraum lieber vorbeischauen. Der Shop ist zwar auch nicht schlecht, aber im Goldraum sind immer kostenlose Items. Oh, was ist das denn? Money Power. Okay. Okay, unser Geld ist anscheinend Schaden. Okay. Das ist jetzt... Wir haben jetzt so eine fette Dollarbrille auf. Und je mehr Geld wir haben, desto mehr Schaden machen wir anscheinend. Das ist ja nicht schlecht. Wir haben jetzt vier Schadenspunkte. Ich denke mal, wenn man 99 Münzen hat, wird man natürlich wahrscheinlich auch richtig reinrotzen in die Gegner. Das werden wir jetzt mal hier vielleicht nochmal versuchen, ein bisschen zu steigern. Hier ist der Secret Raum. Oh, eine Shovel. Mit der Shovel kommen wir automatisch eine Ebene tiefer. Das brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht. Wir könnten jetzt den Bossraum auslassen, aber das ist ja Käse eigentlich, weil der uns ein Item gibt. Okay, das Item ist vielleicht nicht ganz so cool. Aber wir machen den trotzdem. Können wir jetzt hier nicht einen auf Pussy machen, oder? Oder wollen wir den doch ignorieren? Ne, wir werden uns dann aufheben. So, mal gucken hier. Gleich ab 30 Prozent, glaube ich, genau. Okay. Das ist nämlich die Champion-Version von dem Boss. Oder eine stärkere Version. Ich weiß nicht, ob es Champion-Version genannt wird. Auf jeden Fall eine stärkere Version. Da macht der schon ein bisschen andere Fähigkeiten. Hier haben wir wieder diese Items, die wir schon mal freigeschaltet haben. Und zwar Goopies Tale. Goopies Tale, das war, glaube ich, wir haben eine höhere Chance, wenn wir einen Raum schaffen, dass da ein... dass da ein Item, äh, eine Kiste spawnt. Und mit dem anderen Item werden wir zum Geist. Und dieser Geist ist eigentlich echt eine coole Sache. Also, den werde ich auch mitnehmen. Weil mit dem Geist können wir automatisch in Felsen rein. Und, ja... automatisch auch dann, ähm, aus den Felsen rausschießen, kriegen quasi Geister-Schüsse. Und, ja, das ist auf jeden Fall in vielen Ebenen echt richtig nützlich. Wir haben natürlich dafür jetzt zwei Leben permanent eingetauscht, aber das wird sich auf jeden Fall noch, äh, revanchieren. Und, ja, hier war jetzt zum Beispiel, können wir jetzt auch, ohne die, ohne eine Bombe zu haben, dann können wir hier uns in die Viecher hier reinstellen. Quasi die von hier oben einfach wegnatzen. Also, der Geist, der hat mir schon in eine Menge Runs echt übelst den Arsch gerettet. Und, gerade in diesen schwereren Ebenen nachher, wo man einfach nur dann später in Steinen und alles stehen bleiben kann. Wie zum Beispiel hier auch. Ich kann jetzt hier einfach gemütlich drin stehen bleiben. Zack, den einen Gegner platt machen. Zack, den anderen Gegner platt machen. Da können die gar nichts gegen machen. Da können sie einfach nur rumstehen und zugucken, wie sie abkacken. So, hier oben war ja der Goldraum, da gehen wir direkt auch mal rein. Warte mal hier. Oh, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht weiter. Pinky Shares, okay. Boah, das kenne ich gar nicht. Natürlich mit dem Gold, das Problem ist, mit diesen Tränen macht man hier echt wenig Schaden an diesen Kackehaufen. Die sollte man dann am besten vielleicht ganz liegen lassen. Und die sprengen wir sogar den Zyklotraum auf. Ist ja nett. So, wir haben ja die Money Power Brille. Mit der machen wir einfach mehr Schaden. Je mehr Mützen wir haben. Wir haben jetzt 30. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das auswirkt. In wie vielen Punkten genau. Hier können wir einfach, wie gesagt, wieder im Fels stehen bleiben. Zack. So. Zum Shop wollten wir auf jeden Fall auch mal. Da brauchen wir einen Schlüssel. Schnell sind wir auch noch mit dem Geist. Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Mit dem Geist wird man auch schneller. Was haben wir hier? Eine Goldstrütze. Können wir eh nicht öffnen. Bis jetzt ist es eigentlich ganz gut. Wir brauchen Schlüssel. Ich will mal in den Shop rein. Du Eierkopf, du. Jawohl. Mein Gott, klappt ja alles wie auf Abruf hier heute. Man sagt, man will einen Schlüssel und dann kriegt man einen. Das Book of Revelations. Das ist eigentlich nicht schlecht. Gerade weil wir so wenig Leben haben. Ich gucke einmal nach, was es dieses Schinking Shears bringt. Okay. Also mit dem Schinking Shears trennen wir unseren Kopf einmal ab. Und der Körper greift dann einen Gegner an. Aber da wir der Geist sind, hat er glaube ich sowieso keine Auswirkungen. Deswegen nehmen wir jetzt das Book of Revelations auf jeden Fall mit. Und dieses eine Seelenherz. Das heißt, wir haben jetzt drei Seelenherzen. Sehr schön. Machen natürlich auch jetzt weniger Schaden, glaube ich. Weil wir jetzt ja die Moneypower-Brille haben wir natürlich auch weniger Schaden jetzt hier. Weil wir weniger Münzen haben. Aber das ist nicht schlimm. Das können wir mal hier mit Trost wegstecken. So, in dieser Suppe können wir jetzt auch drin stehen bleiben. Das ist auch dieser Vorteil von dem Geister-Item. Boah. Der springt aber hier auch nicht rum hier, der Spinner. Na. Trifft, ey. Hat uns der Wurm jetzt zweimal getroffen. Ich glaube es ja wohl, ey. Man sieht schon, wir verursachen noch nicht so wirklich viel Schaden. Aber ich glaube, wir hätten uns echt nicht hier ganze Gold wegholen lassen sollen. Unser Vogel macht auch ein bisschen Damage. Und gleich haben wir ja noch den Meat Boy. Also das geht eigentlich. So, wenn wir jetzt gleich den Meat Boy noch haben. Der macht jetzt nur noch Fliegen, der Boy. Spawnt jetzt keine Würmer mehr. Nur noch Fliegen und solchen Kugeln. Mein Gott. Jetzt zieht sich aber auch hier. Komm schon. Geh doch endlich tot. Mein Vogel, der kann auch angreifen, glaube ich mal hier. Sehr schön. So. So, jetzt haben wir einen Cube of Meat. Einen zweiten. Jetzt haben wir unseren Meat Boy schon mal wenigstens hier. Was gibt es hier im Secret Raum? Den Lacto, den man mit Cane eigentlich immer mit hat. Der Lacto, nicht Lacto. Lacto ist ein ganz anderes Item. Lacto. Gut. Brauchen wir ein Herz für, aber das können wir sowieso nicht machen momentan, weil wir haben nur ein Herz. Und ja, das wäre jetzt nicht so schlau, wenn wir das jetzt benutzen würden. Dadurch können wir uns nämlich auch alle Herzen wegmachen. Das sollte einem immer bewusst sein, dass man dadurch auch alle Herzen verlieren kann. Ich weiß nicht, ob man dann nochmal neue sammeln kann überhaupt. Das habe ich noch nie ausprobiert. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Aber das werde ich... Oh. Hat er mich echt in den Fels getroffen? Gibt es ja gar nicht. Schweinerei hier. So. Der Nickel. So, wir können jetzt direkt mal hier... Hier kommt der Greed. Ich hoffe nicht, dass der Greed uns trifft. Aber wir sind ja schnell. So, ansonsten der Greed kann... Äh, der Greed. Die Gear, ähm... Kann nur gerade aussch... Also nur, wenn wir genau auf einer Linie mit dem sind, schießen. Ansonsten spawnt er nämlich Viecher. Und wir haben das Glück und kriegen hier den Steam Sale. Damit werden einfach alle Items, die wir jetzt ab und sofort in den Shop sehen, um 50% reduziert. Das ist auf jeden Fall cool. Bringt es uns auf jeden Fall eine Menge. So, die Viecher hier... Machen die überhaupt der Köpfchen hoch, wenn wir da nicht drinstehen? Ich glaube nicht. Ach, scheiße. Der kann es ja auch da oben treffen, ey. Da ist ja eine Lücke. Au, Mann, ey. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob wir hier nicht abkacken. Warte mal ein bisschen auf Nummer sicher machen hier. Zack. Book of Revelations ist fertig. Da kriegen wir nochmal ein Herz. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Erstmal hier die Viecher kaputt machen. So viel Geld sollten wir eigentlich nicht ausgeben, wenn wir die Money Power Brille haben. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ob wir dann allgemein weniger Schaden machen. Cancer verdoppelt unseren Tränenwert, unseren aktuellen. Ja, damit machen wir... Greifen wir auch schneller an, glaube ich jetzt sogar. Ich weiß das gar nicht. Steht auf jeden Fall laut Tooltip. Ist es einfach nur unseren Tränenwert verdoppeln. Aber wir bräuchten eigentlich sogar zwei... Zwei, ähm, Schlüssel. Weil wir hier auch noch diesen, diesen, äh, Bibelraum haben. Der Bibelraum, der beinhaltet immer ein Buch. Ich meine, wir haben jetzt das Buch... Boah, das war natürlich ein geiler Drop. Wir haben natürlich jetzt das, äh, Book of Revelations. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber, ähm, ja, ich würde da trotzdem mal gerne reingucken. Weil das Buch der Schatten wäre vielleicht sogar noch cooler. Weil ich mir nicht sicher bin, das Buch der Schatten...